Unter Formate und Produkte finden Sie Ihre Preisgruppen, also Ihre Preislisten, die Sie sich für einzelne Kundengruppen anlegen können. Diese können Sie sich hier auf dieser Seite anlegen oder bestehende Preisgruppen bearbeiten. Dann haben Sie unter Formate und Pakete eine Auflistung aller Ihrer verwendeten Formate und Pakete und zum anderen auch die nicht verwendeten Formate und Pakete, also alle, die sich derzeit in keiner Preisgruppe befinden. Und hier auf dieser Seite können Sie sich dann auch bei Bedarf neue Formate und Pakete anlegen. Und außerdem finden Sie hier die Möglichkeit, Produkte und Geschenkgutscheine für den Produkte- und Gutscheinshop anzulegen. Das könnten Sie auf dieser Seite machen.